Jawohl, und da sind wir schon live. Guten Morgen meine Herrschaften, ich begrüße euch ganz herzlichst am Dienstag dem, was wir heute, 19. März 2024, 9 Uhr ist und wir sagen guten Morgen aus dem Studio Donaufeld in Wien und aus dem Studio Eivestol, wie wir sagen, im Weifiedl. Guten Morgen Patrick. Guten Morgen Klaus, guten Morgen Welt, guten Morgen liebe Zuseher, guten Morgen Pavlatschiste und überhaupt alle, die uns zuschauen, uns kennen, uns wohlgesonnen sind. Jawohl, jawohl. Ich habe mir das letztens gedacht, weil ich ein paar Konzerte gesehen habe auf YouTube und ich weiß nicht, wer das war. Auf jeden Fall, keine Ahnung, ich war irgendwo in einer Stadt und wie sie es oft so machen, was heißt ich, in Berlin. Und jetzt kommt er auf die Bühne und schreibt, guten Morgen Berlin, oder halt guten Morgen, so selten beim Konzert, aber meistens guten Abend oder so. Genau, so irgendwas. Und ich habe mir gedacht, das müsste jemand beim Taschler machen. Guten Abend, Kallenberger Dorf. Ja, das geht auch. Das muss man noch begrenzter sehen, das ganze vielleicht. Das ist ja Wien fast viel zu groß eigentlich. Aber Kallenberger, der Flasanne nicht viel. Nein, da sind alle, die in den Abend sind, mehr Gäste als dort Einheimische sind, aber viel mehr sogar. Das kann man so sagen. Das kann man so sagen. Wir begrüßen recht herzlich im Chatprogramm. Ich habe, vielleicht kriegt ihr es schon mit, ich habe da jetzt meinen großen Monitor, den ich eh schon ewig habe, also einen größeren Monitor halt, habe ich da aufgestellt und mal schauen, ob mir das was bringt. Bis dato bin ich eigentlich nur eher konfus und habe keinen Platz und komme nicht aus, aber ist ja wurscht. Hauptsache, man sieht mehr. Aber ich bin jetzt mehr in Augenhöhe mit der Linsen. Siehst du das? Paul Atman, so guten Morgen. Ich sehe. Guten Morgen aus München. Ich freue mich schon auf den informativ und lustigen Kaffeeplausch. Paul Atman, guten Morgen. Der Raffi ist da. Meine Buchempfehlung für heute lautet Blackout von Marc Elsberg. Ein altes Buch, eigentlich mittlerweile schon, glaube ich. Komm schon ein paar Jahre am Bogle, aber sicher interessant. Sicher interessant. Fred Bertlmann, guten Morgen. Michael Unger, guten Morgen. Markus Schlögl, jawohl. Und die Daniel Schlögl auch. Klausi, dein Paket geht heute auf die Reise. Wunderbar, das gefällt mir, weil, warte einmal. Das ist jetzt ein Insider, aber eigentlich, das können wir aufklären. Insider insofern ja nicht, weil die Daniel Schlögl macht unter anderem herrliche Seifen, Handseifen. Und da habe ich einmal welche Weihnachten gekriegt und das hat mir voll getaugt. Und hin und her und seite, da ist belästigend, nicht nur wegen des guten Nussschnapses, sondern auch wegen der Saaf. Und damit ich es ein bisschen motivieren kann, schau her, das ist mein letzter Restseife. Mit dem muss ich auskommen. Ich hoffe, das Packerl kommt bald, weil das schaut bald wieder. Sonst fährst du bei mir nicht mit im Auto mehr. Naja, gut, okay, es ist ja nur die Handseife. Es muss nicht für den ganzen Körper rein, weil das war halt ein bisschen eng. Aber auf jeden Fall, Daniel, ich freue mich wahnsinnig über dein Paket. Susanne Moses da, wunderschönen guten Morgen zum Kaffee Tratschal, jawohl. Und auch der Magnus Sterzinger aus Tirol und wir haben auf Facebook schon einen guten Morgen Gruß aus dem Weinviertel vom Roland Sperg. Jawohl, grüß euch, guten Morgen. Das sehe ich alles nicht, das ist ein Problem. Wirklich, war ich? Ich sehe Michael Unger als erstes, dann Markus und die Daniela Schlögl, Susanne Moser und den Herrn Magnus Sterzinger. Sonst sehe ich keinen. Was natürlich die Arbeit hier nicht leichter macht, aber es wird auch so funktionieren. Naja, vielleicht tut sich das immer so ein bisschen einpendeln. Aber ja, das ist halt immer in dem Moment, wo ein Trittprogramm aktiv ist. In Raffi sieht man halt auch nichts. Raffi, ja. Aber eine ganz wichtige, die du nicht siehst, kann ich dann sogar einblenden. Wenn die Post brav ist, dann ist das Paket morgen bei Patrick. Ja, Patrick. Wenn das morgen bei mir ist, werde ich es dir morgen mitbringen, lieber Klaus. Das war eine Geschichte. Weil morgen sehen wir uns... Natürlich, sehen wir uns ja. Was sehen wir uns morgen? Beim Hengelhaselbrunner in der Iglerseegossen, weil du blendest das bereits ein. Die Blutschrammeln endlich wieder. Rock'n'Roll, Wiener Lied, Rock, Country und was uns sonst noch das einfällt. Mischkuliert, Mischkulanz gemischt wird und wir auf die Bühne bringen. Mir sechs, Uli Bär, Uli Winter, Toni Kribaum, Herbert Norrcheck und mir zwei. Ich freue mich immer auf das. Wir spielen eh so selten eigentlich. Das ist zu selten fast. Aber es ist nicht so leicht, sechs Leute auf die Bühne zu bringen. Am anderen Tag. Ja, das ist ja fast noch einfacher, als sechs Leute zu einer Probe zu bringen. Das ist das Schwierige. Das ist das Schwierige. Ich habe ja gesagt, wenn Uli gestern geredet, da habe ich gesagt, Uli, Klaus, ich und du, wir drei zusammenkommen, ist nicht das Problem. Aber sechs Leute zusammenbringen. Dazu wohnen wir drei relativ knapp beieinander. Der Uli ist auch im Weifl daheim. Also der Klaus im 21., wenn er da ist, das geht ja noch. Aber sechs Leute zusammenbringen, die viel beschäftigt sind, alle nämlich. Viel spielen alle. Das ist nicht so leicht oft. Ja, das ist ein bisschen, weil die mit den Rahmen verrutscht. So, jetzt stimmt er wieder. Jetzt stimmt er wieder. Ja, ja, das stimmt. Die Leute zusammenbringen, wobei auch der Wohnort nicht das Problem ist. Aber halt, gut, vielleicht maximal beim Novocheck. Weil der wohnt ja bei mir daheim, quasi in der buckligen Welt. Ein Stückerl drüber im Burgenland. Und das ist schon ein prater Weg. Und natürlich auch ist er privat und ein bisschen eingespannt. Aus gesundheitlichen Gründen der Familie. Und da wird es auch noch schwieriger. Und der Uli Bär spielt natürlich wie ein Berserker. Immer und überall. Das kann man so sagen. Es wird wirklich schwierig. Es wird wirklich schwierig zusammenzukommen. Aber wir freuen uns umso mehr. Und es ist immerhin, kann man so sagen, das Frühlings-Opening von den Blues-Schrammeln. Das erste Konzert in diesem Jahr. Und der ist gleich im Frühling. Beim Hengler Haslbrunner. Leihen wir da Wein. Leihen wir da hinten. Und wir spielen da auch beim Hengler Haslbrunner am 30. Also im August. 20. August. 20. August kann es sein, ja. Aber gut, da ist ja noch. Da ist ja noch. Jawohl. Elisabeth Kerbel-Lutz-Nerrat ist auf Facebook mit dabei. Schönen guten Morgen, Daniela Schlögl. Ich weiß euch aber jetzt nicht abhalten soll, uns wieder mal zu besuchen. Auf jeden Fall. Au contraire, au contraire, Daniela. Weil ich muss ja auch noch meine Versprechen einlösen. Ich muss ja Plumpsen vorbeibringen. Richtig. Apropos, warum hast du gestern keine Mitbrachte? Weil die noch nicht fertig war. Wir haben am Samstag die Plumpsen gemacht. Und die war ja noch heiß, wie ich wegfahre. Also noch warm. Die war ja noch nicht ausgekühlt. Jetzt haben wir es zum Auskühlen in den Kühlraum sozusagen. Also in Schupfen gestellt. Und die wurde gestern erst dann von Onkel Helmut und Tante Gabi vakuumiert. Ich bin ja dort nur helfende Hand eigentlich. Nichts? Ja, verstehe. Und die haben gestern erst vakuumiert. Und ich war noch nicht in Ladendorf. Da habe ich es noch nicht angeholt. Okay. Da war jetzt ungeduldig. Und das wurde auch noch nicht gegeben. Nächste Woche haben wir auch eine zum Kosten. Einmalig. Auf dich freue ich mich schon. Aber bei nächsten Wochen ist es ja keine Wochenherst. Da geht ja gar nichts normal. Ein Blut ist es ja gar nicht. Wieso? Naja, ein Blut. Das ist so. Und dann wieder. Patrick, da ist es aber wirklich. Da muss ich sofort als Kenner des Kirchenrechts. Da muss ich da sofort einbauen. Na sicher, da alles darfst du essen. Du darfst nur Fasten bedeutet, ganz schlicht und einfach im katholischen Sinne, lediglich einmal, also ein strenger Fastentag ist nur einmal am Tage sich satt essen. Sprich, kein Freitag kannst du dir auch so essen. Du kannst dir auch so essen. Einmal am Tag halt nur, nicht? Kein Freitag ist halt, das ist dann eher traditionell. Oder überhaupt freitags, grundsätzlicher Freitag soll ja eben eigentlich Fleisch nicht auf dem Speiseplan stehen. Das ist, wobei ich nicht weiß, ob das tatsächlich kirchenrechtlich ist oder einfach nur traditionell. Die muss man ja auch unterscheiden oft, bei diesen Dingen. Absolut. Aber grundsätzlich heißt Fasten im katholischen Sinne, einmal am Tag darfst du dich satt essen. Du darfst also fünfmal am Tag auch was essen, aber nicht satt essen. Du darfst, was weiß ich, ein Opfer essen, ohne Probleme dazwischen und sonst was. Ich meine, in der Logik liegt natürlich, dass du sagst, du kannst jetzt nicht jeden, ich weiß nicht, den ganzen Tag über Mannerschnitten reinfressen. Machen nicht satt, aber ist nicht im Sinne des Erfinders, sagen wir es so. Das ist aber logisch. Ja. Aber kirchenrechtlich tatsächlich. Völlig logisch. Und mit dem Fleisch hat das nichts zu tun. Es ist lediglich der Freitag und der Karfreitag ist ein Freitag. Der Herr hat das eher mit dem zu tun, dass es einfach ein Freitag ist und kein Fleisch am Freitag. Das ist eine Regelung, die wir uns eigentlich nie gehalten haben, auch in der Familie nicht, obwohl ein relativ katholischer Haushalt. Allerdings, was schon streng war, waren sowas wie Oschermittwoch, kein Freitag. Also da haben wir wirklich kein Fleisch gegessen. Das war bei uns auch so, also bis heute noch. Bei uns auch so. Das ist so, ja. Das ist eigentlich, aber so und so, also plunzen, das kann man komplett, das ganze Femme, was in der Zeit durch kann es plunzen ist. Ich wollte das noch rausgezögern, dass ich halt so viel die Plunzen zusammenfrisse von mir aus. Doch vielleicht vergisst du drauf, wenn ich es nicht mitbringen. Nein, Scherz. Ich kenn's uns beide und wir zwei kennen uns auch. In solchen Dingen bin ich the brain. Da bin ich the brain. Da packst du dich länger. Da packst du dich länger. Wenn ich lieb bin, bringe ich auch ein Stückchen Schinken mit. Na bitte schon, sei lieb, sei lieb. Das wäre gut. Das wäre in Ordnung. Du, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja, Schlögl, den die gerne besuchen. Und da gibt es eine Stadtführung, also mit richtig Bewegung und so, sagt die Daniela. Ja. Ja, wir haben so eine Athleten. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Heule, heule, es war nicht da, es war nicht da. Nein, es war nicht da, ich verstehe. Jetzt ist er weg dafür. Achso, jetzt bescheuert. Nein, ich hab verkehrt. Drückt nicht verkehrt. Hauen Sie das Feuerwerk rein. Wie willst du das Feuerwerk sehen? Jawohl. Jawohl. Startführung. Jawohl. Sehr gut. Großartig. Ja, auf jeden Fall, das werden wir machen, Daniela, du gefreut mich. Und wie gesagt, spät oder spätestens vielleicht verbinden wir uns wirklich mit München. Schauen wir mal. Die Gelegenheit wäre günstig. Ja. Apropos München, aus Niederbayern zumindest, einen guten Morgen wünscht uns Rosita Wüstner auf Facebook. Wir sagen eigentlich auch, guten Morgen, schön, dass du dabei bist. Susanne Moser, gibt es dann ein Video von der Veranstaltung morgen? Eher nicht, weil es sind immer wieder Videos gemacht worden. Das Problem ist wirklich der Ton. Ganz ehrlich, weil du hast in dem Moment, wo du das Schlagzeug dabei hast, in der Verstärkung, wird es recht kompliziert, dass du einen brauchbaren, leimenden Ton hast. Aber es gibt Videos von morgen nicht. Es gibt online von uns eh Videos. Es gibt eh auch Videos von den Blutschrammeln, gibt es auf YouTube etliche Videos. Gibt es ja von unserer Seite auch. Also auf unserer YouTube-Seite gibt es glaube ich auch ein paar. Aber es ist immer recht schwierig. Der Ackerl hat sogar angefragt, ob er morgen filmen soll. Ich habe dann gesagt, ich weiß nicht, platztechnisch ist das oft, das tut nicht so leimend. Es ist vor allem beim Henkel-Haselbrunner, wenn man es genau nimmt, unmöglich irgendwo gescheit zu positionieren, ohne dass man wirklich im Weg steht. Weil das sind ja so Logen, die da aufgebaut haben und das ist dazwischen eh alles eng. Denkbar zu mir, so viele Filmaufnahmen bei einem Live-Konzert, denkbar ungünstigste Location. Eigentlich eh wie fast immer und überall. Bei uns ist es halt leichter, wir sind zu zweit. Da bringt es der Ackerl sogar zusammen mit diesem Ultra-Weit-Winkel-Ding, dass er uns beim Tonröschen aufnimmt und sogar ein Wickel, wo die Kamera neben uns steht. Weil einfach kein Platz ist. Also es wird auf gut Deutsch. Eine lange Antwort auf eine kurze Frage. Es wird sehr wahrscheinlich kein Video geben. Ich darf jemanden begrüßen. Ich sehe nämlich jemanden hier sogar. Chrissy1220 ist auch da. Guten Morgen. Muss ich gleich ausnutzen, wenn ich jemanden hier sehe im Chat. Das ist großartig. Schön, ich freue mich. Na schau. Und so macht man dir Freude. Ich sage auch, guten Morgen Chrissy1220. Jetzt bin ich auch von Nachrichten konsumiert. Jetzt bin ich auch on. Nachrichten konsumiert. Man will als mündiger Bürger informiert bleiben. Ja, aber ich weiß nicht, ob da die Nachrichten die richtige sind. War ein kleiner Seitenheb auf die Gesellschaftskritik schlechte. Patrick, wie war es gestern? Erzähl was von gestern nach der Sendung. Was hat sich da? Gestern nach der Sendung? Ich habe gestern mehr getan, als dass mir das so gar einfällt. Was habe ich gestern gemacht? Ich habe gestern unsere normale Bürotätigkeit gemacht. Ich habe ein bisschen recherchiert bezüglich unserem Taskarm. Porta Capture X8. Ob man da irgendwelche Einstellungen sprechen und so weiter. Technische Dinge erledigt. Dann habe ich noch brav geübt. Dann habe ich was gegessen. Und dann bin ich eh schon zu dir gefahren. Am Abend. Beim Barbier war ich auch noch. Das habe ich auch noch dazwischen untergebracht. Du bist ja ein Wirrebelwind. Was man am Tag alles machen kann, ist unglaublich eigentlich. Und am Abend eine wunderbare Pavlatschen gehabt gestern. War sehr, sehr schön gestern. War wunderbar. Ah, jetzt warst du schon wieder weg. Wirklich? Ich höre dich wieder. Es war wieder dieses eigenartige Geräusch. Ja, gut, ja. Das können wir nichts machen. Ich habe schon Befürchtungen gehabt. Ist aber nichts. Nein. Nein, hat alles hin. Also ich wüsste nichts. Nein, ein großartiger Tag nicht. Großartiger Tag ist dann perfekt gewesen eigentlich. So kann es eigentlich immer sein. Ja, ja. Nein, war fein. Bei mir auch. Also ich war, ich war, ich habe gearbeitet halt. Also online, nicht online, sondern ja, alles diverse, diverse Tätigkeiten am Computer. Das ist, muss ich sagen, das macht mir einen Spaß. Aber ich merke, dass ich schon ein Problem kriege, durch die ich doch, vermehrte Bildschirmzeit, die ich mache seit ein paar Jahren, dass das schon sehr auf die Augen auswirkt. Also das ist schon was, aber was wir machen. Ich kann ja nicht weniger tun. Vielleicht kommt es gar nicht vom Bildschirm, sondern vielleicht ist das einfach wirklich eine Alterserscheinung. Naja, das wird dazukommen. Aber es ist natürlich, ja, aber Bildschirm ist allgemein einfach keine gute Geschichte. Und ich bin schon mehr drauf, natürlich. Und da war einiges gemacht, einiges da. Aber ja, wie gesagt, ich mache das auch gern und das taugt mir eh. Sehr interessant, sehr spannend. Und, ja, und weil der Michael Unger da ist. Ja, Michael Unger, da hat er dann gesagt, Klaus, da muss er dich selbst filmen beim Spielen. Das ist, das fölert noch, das waren alles nicht. Na gut, das haben wir eh schon oft genug gemacht. Das haben wir oft genug schon gemacht. Eine Kamera aufgestellt. Das machen wir eh eigentlich, ja, ja, stimmt. Immer wieder einmal, ja. Das haben wir immer wieder einmal gemacht. Die ganzen Jahre eigentlich schon gemacht. Richtig. Wie waren die ganzen Videos entstanden, bevor wir einen Acker gehabt haben. Also, sehr viele von uns gewesen mit aufgestellter GoPro zum Beispiel, die dann nicht aufgenommen hat. Da können wir ja Geschichten, könnte man da sagen. Was heißt, da wäre aber aggressiv. Jawohl. So, na gut, also auf jeden Fall, Klaus, ich glaube, ja. Aber wenn der Michael Unger da ist, fällt mir was ein, da könnte man ein Thema anschneiden. Ja, eigentlich. Michael Unger hat gestern nämlich gefragt in der Pavlatschen, fällt mir gerade ein, was dich betrifft, Klaus. Ja, ja, richtig, auf das will ich eh kommen, auf das will ich eh kommen. Okay. Du musst noch schauen. Die Krise 12, 20, ja, sehen Sie, das lasse ich mir nicht ausreden. Ja, dann passt sehr, passt sehr. Ja, aber ich schaue auch immer wieder einmal, oder hoch immer wieder einmal Nachrichten, dass man sieht, eigentlich nicht, also für mich ist es nicht, damit ich sehe, um was sie tun, gut in der Welt, sondern was halt gerade, worüber gesprochen wird. Sagen wir es so. Weil das ist mir, ja, ansonsten glaube ich wirklich nicht, dass man da informiert wird, sondern dass es, egal welche Medien, egal wo und zu welcher Zeit, stets um Propaganda ging. Und da war ganz interessant, das habe ich mir angekürt, am Sonntag, als ich vom Fahrtechniktraining zurückgefahren bin, da war gerade auf Ö1 die Sendung quasi so ein, weiß nicht, wie die, was das ursprünglich geheißen, es ist ursprünglich ein Beitrag, nicht ein kleiner, sondern eher stunden Beitrag über den Teddybott Garski, weil er ja gestürmt ist, und da war auch dieses Thema recht, es war ja recht interessant, muss ich echt sagen, und vielleicht kann man das nachhören. Also das kann ich schon empfehlen, dass man da ein bisschen schaut, in der TVT, auch Radio TVT, also über den Teddybott Garski, diese ganzen Nachrufgeschichten, sehr, sehr, sehr spannend, sehr interessant, sehr leibernd, und für uns, mit unserer Technik-Affinität, mit den Social Media und Co., ganz interessante Sache, weil der Teddybott Garski hat ja angefangen, dann im Radio, und war also da in irgendeiner Abteilung halt, und dann hat das Fernsehen aufgemacht, und die ersten Fernsehgeschichten, und der Bott Garski hat gesagt, ich will mich dort bewerben, beim Fernsehen, und sein, ich sage jetzt mal, Abteilungschefleiter, der hat gesagt, okay, das wird ja nichts, also ein Blödsinn, dann bist du von da weg, und wer weiß, was du wieder zurückkommst, weil das Fernsehen, das hält sich keine drei Monate, das ist nur eine Erscheinung, und da habe ich mir gedacht, das ist so bezeichnend, ich lachen mir jetzt nicht mal, das ist so bezeichnend, weil das ist in der Geschichte der Menschheit wahrscheinlich tatsächlich das, was am meisten gemacht wird, das ist so wie das Internet, wird sich nicht halten, oder wie damals der Chef von IBM gesagt hat, keine zehn Leute auf der Welt werden einen Computer daheim stehen haben, ein Handy wird keiner brauchen, und dann vorher schon einen Pager, wer braucht einen Pager, und, 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 so geht es weiter, und jetzt hat die KI, wird sich nicht durchsetzen, es fühlt sich gefährlich, also unglaublich, Social Media, wer braucht das, und mir gefällt das immer ein, der Gary Vaynerchuk, der war eigentlich, ursprünglich hat der eigentlich ein Weingeschäft, ein Weinhandel in Amerika drüben gehabt, und der war einer der Ersten, der das dann mit E-Mail-Marketing und so weiter gemacht hat, und da hat er auch gesagt, du, mich haben damals fast alle Leute, haben zu mir gesagt, gib bitte, wer soll jemals ein Wein über das Internet kaufen, und seine Antwort war, jeder, und natürlich kauft er jeder das Internet, aber es waren sehr viele, sehr viele, und, 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 noch ein schönes Beispiel war Social Media, damals, glaube ich, das war wie Twitter, das war ja eine der ersten Plattformen, die da hochgekommen ist, wie Twitter hochgekommen ist, und er hat dann so gesagt, die Leute haben dann geschrieben, ich bin Gasse, geh mir den Hund, und dann haben auch wieder gesagt, wem interessiert das, und er hat gesagt, jeden, und natürlich nicht jeden, aber man sieht, wie sich das alles entwickelt hat, und das war so parallel, wie das der Teddy-Podcast ja erzählt hat, über das Fernsehen, oder wie er gesagt hat auch nicht, das war ja die Aufteilung der österreichischen Proporz-Landschaft, nicht, schwarz und rot, die ÖVP und das Fernsehen, das holt sich, das will sich nicht durchsetzen, das machen wir nicht, brauchen wir nicht, ÖVP blieb also beim Radio, und die SPÖ hat sich dann ums Fernsehen gekümmert, und so entstand dann diese Machtachse, Fernsehen, Radio, Fernsehen war rot, und Radio war schwarz, hochspannend. Ja, genau, Julius Raab selber hat wieder diese Aussage zugeschrieben in einem Interview, nicht nur zugeschrieben, sondern das war ja so, da hat er gesagt, na, wer wird denn schon in das Cast alleine schauen? Alle schauen wir eine, also schon lange Zeit, nicht, das, eine grobe Fehleinschätzung wieder einmal, ja, und ich fürchte, bei der KI passiert das gleich, also passiert, es passiert ja nichts, es kommt ja sowieso, nicht, also die KI ist ja schon da, das kann man ja nicht wegreden, also insofern, aber es ist interessant, dass sich das immer wieder wiederholt, diese Dinge, ja. Ja, nein, aber es ist ja immer noch so, also das ist einfach, wir sind so gestrickt scheinbar, und für mich ist das spannend, weil es so eine unglaubliche Ignoranz darstellt, das ist nicht Fehleinschätzung, das ist Ignoranz, wenn man offen und ehrlich sich das anschaut und versucht zu bewerten, dann kommt man, dann kommt man einfach auf das Ergebnis, nein, das ist schon ernst zu nehmen, zumindest ernst zu nehmen eben, nicht, dass man weiß, das wird's, aber so, dass man sagt, naja, auslassen, das ist jetzt einmal nicht, das wäre, oder das ist eine Ignoranz, eine permanente, und bis heute, und wenn ich mir nicht ausschaue, die Leute versuchen ins Fernsehen zu kommen, egal über welche Sender, egal über was, Hauptsache man ist im Fernsehen oder im Radio, aber es interessiert beim Fernsehen niemanden die Zuschaueranzahl, auch jeder ist ganz geil auf seine Abonnentenanzahl, auch jeder ist ganz fertig, wie viele Follower er hat, aber beim Fernsehen ist ihm das wurscht, weil da ist man ja im Fernsehen, und das ist heute auch, es ist bei mir auch noch ein bisschen so drin, da sagst du, ja, Fernsehen ist dann die Königsdisziplin, ist sie aber natürlich schon lange nicht mehr, tatsächlich nicht, von den Zahlen her. Der Kass ist schon lange gegessen, wie man so sagt, eigentlich. Man braucht sich ja dann, ich unnächst einmal, weil mich interessiert, aber ein bisschen so Zuschauerstatistiken, die veröffentlicht werden, von den verschiedensten Fernsehstationen in Europa, angeschaut, also von diesen, wie das einmal war in den 80er, 70er Jahren, dass da ein Million Zuschauer, eineinhalb Millionen Zuschauer waren bei einer Sendung, vor allem am Samstag Abend bei den ganzen großen Shows, geht weit, weit, weit weg, also das ist ein Wahnsinn. Da sind wir mit den Brettlspitzen ja noch vorne dabei, sozusagen, und das sind alle anderen Sendungen, und da 200.000, 300.000 Zuschauer, 500, da sind schon sehr viele, und da merkt man es ja wirklich, die legen sich ins eigene Hemd, wie man sagt, die Leute sind nicht mehr beim Fernsehsendung schauen, live am Fernseher. Und weil du das so ansprichst, zum Beispiel jetzt die Brettlspitzen, ja, das ist eine der erfolgreichsten Sendungen im Bayerischen Rundfunk, aber wo machen sie Werbung für die Sendung? Also die machen eine irrsinnig ausgefeilte und wirklich üppige Social-Media-Strategie, damit halt diese Sendungen, und auch die Live-Shows, weil die Brettlspitzen, die machen ja so Live-Touren, immer wieder, und das sind also Live-Konzerte, die können natürlich auch promotet, aber ohne Social-Media wäre wahrscheinlich die Bekanntheit von den Brettlspitzen nochmal geringer um einiges. Ja, ja. Obwohl das Zielpublikum eines ist, das jetzt nicht zwangsläufig eben in Social-Media agieren, wobei auch hier irrt man sich ganz gewaltig, weil Facebook zum Beispiel besteht tatsächlich aus alten Herrschaften. Also bis über 80 ist dort die größte Mannschaft, also ich weiß jetzt nicht mehr von wo weg, aber ich glaube von 50 weg, also zwischen 50 und 80 ist der größte Anteil an Usern auf Facebook. Das muss man sich mal überlegen, und das sind viele, und ich meine, ich merke das schon auch bei unseren Fans oder auch in der Familie, also wann wer von den älteren Semestern in unserem Hause in Social-Media ist, dann ist er in der Regel nicht auf Instagram oder auf TikTok oder was, sondern auf Facebook. Das stimmt, ja. Ja, und das ist schon interessant, wie da, wie feleingeschätzt, wie du das gesagt hast, oder das wird, und wie gesagt, und großteils meine ich das, zumindest bei den Profis, nenne ich das Ignoranz. Dass die das einfach nicht sehen wollen, was wirklich klar zu sehen ist. Das kommt Blödheit aus. Die Dummheit der Menschheit ist ja nahezu unendlich groß. Aber ich kann mir das nicht, so dumm schätze ich die Menschheit auch wieder nicht. Nein, Dummheit, das wäre, also ich würde es eher als wirklich als Ignoranz sehen, weil Dummdeppert, Ignoranz ist ja eigentlich, weil man, ich sage immer so, wenn das einen aus Dummheit macht, dann ist einem nichts vorzuwerfen. Ich kann ja nichts dafür. Wie ein verstorbener, befreundeter Priester immer gesagt hat, die Dummheit ist das achte Sakrament. Nein, das ist einfach, da bist du auch von Sünden freigesprochen, weil wenn du deppert bist, ja, was willst du dann machen? Aber ich glaube, da ist es wirklich nur ein Ranschen. Und das heißt eben, die Dummheit ist nicht da, sondern ich weiß ja, dass das gut, oder dass das jetzt so ist, wie es ist, aber ich ignoriere es. und das meine ich damit. Das ist zum Beispiel so etwas, wie in der Politik, wenn du jetzt nimmst, die Migrationsproblematik. Das kann natürlich aus Absicht sein, das wäre jetzt die Verschwörungstheorien, die gehen eher davon aus, dass das geplante Übervölkerung oder Durchmischung oder was weiß ich was ist, oder es ist Ignoranz, weil man sagt, ja, das könnte ein Problem werden, aber da will ich eh nicht und da will ich kommisch irgendwie rum und dann braucht man das nicht angreifen, bis man wieder gewöhnt will. Oder das ist die typische Kopf ins Anstecken-Methode auch. Absolut. Ich will es nicht sehen, es ist da oben. Man sieht mich nicht, man sieht mich nicht. Genau. Das ist Ignoranz. Ja. Und das ist eben nicht Dummheit, sondern ich weiß genau, wo das Problem ist, aber ich schaue nicht hin. Na gut, also ganz kurz weiter, ich schaue kurz in den Chat wieder rein. Der Jovce ist da, grüß dich gut, guten Morgen. Daniela sagt richtig, jeder braucht einen Acker. Ganz genau. Alter Palanti. Ich hatte so ein Bildschirm, Smartphone, kleinen Bildschirm, kurzer Abstand. Ich versuche möglichst wenig am Smartphone zu machen, aber natürlich ist es das, was du immer bei der Hand hast und wo halt wann was zu tun ist, dann schaue ich da rein. Aber ich mache da wenig. Also tatsächlich, ich habe keine Nachrichten, großartig. Du weißt eh, wo alles, also diese Push-Nachrichten von diversen Apps, habe ich alles nicht. Und E-Mails, oder was schaue ich auch nicht am iPhone. Nur wirklich, wenn es noch der Mann ist, aber trotzdem, es reicht schon das, was ich sonst mache. Und der Oma-Ted ist so schade, das stimmt. Darum hat die Christi auch kein Smartphone, weil die braucht jetzt mit 19 Zoll, das glaube ich. Bei Michael Unger gibt es gleich drei Fernseher im Haushalt, habe ich die Ehre. Na ja, wenn man drei Stockwerke hat, brauchst du in jedem Stockwerk schon mehr einen. Mindestens. Genau, Michael Unger, und wenn sie mit der Musik nichts mehr reißen, werden sie Fernsehmoderator oder Kapitän vom Traumschiff, kommt mir so vor. Traumschiff-Kapitän wäre nicht so schlecht, hätte ich schon machen. Ich gebe mich offen zu, wenn das Angebot käme, hätte ich überhaupt kein Problem damit. Ich gebe mich ganz offen zu. Na du, das ist, wie soll ich sagen, da muss man vorsichtig sein, hätte ich gesagt. Zum Beispiel, wenn Sie in Florenz Silbereisen, der ist im Traum, der ist im Traumschiff. Also ich bin wirklich weit weg vom Schlager-Fan. Weit weg. Aber ich schaue mir wahnsinnig gern, nicht allzu oft, muss ich auch sagen, weil es nicht so gut aushält, aber wahnsinnig gern, als Interesse schaue ich mir so Schlager-Shows an und weil man eins bedenken muss, auch hier haben wir wieder die Ignoranz von vielen, die den Schlager so abtun und so weiter. Aber Schlager ist die erfolgreichste Musikbranche von Nische kannst du nicht mehr reden, die wirtschaftlich erfolgreichste Musikbranche ever und das in jedem Land. In den USA ist es der Country zum Beispiel. Country Music. Da gibt es ja viele Abspaltungen. Also diese Schlager-Country sage ich jetzt einmal. Das ist das, was bei uns der Schlager ist. Und das ist die wirtschaftlich absolut erfolgreichste und daher ist es nicht schlecht, wenn man dort einmal reinschaut und sagt, okay, was machen die eigentlich? Und wenn du so Schlager-Shows ausschaust im Fernsehen und das einmal einfach betrachtest und analysierst, sagst du, ja, das sind Profis. Da hält bei uns aus Österreich jetzt, oder Deutschland, da hält die beste Rockband nicht mit an Show oder an Suze, wo es die Schlager-Fußerstörer aufstehen. Das ist wirklich, das ist professionell. Durch und durch. Ja, ich meine, ja, okay, jetzt ausgenommener Rammstein oder so, aber jetzt im Großen und Ganzen, das ist unglaublich, was die machen, wie die das machen, wie professionell die rangehen und immer mörderisch großes Publikum und das ist halt immer gefährlich, wenn man dann sagt, naja, Schlager, das ist was für Vortrottel. Und so, oh, Vorsicht, das sind nämlich sehr viele Leute. Vorsicht, 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 ja. Und es stimmt, äußerst die Verheilung. Es stimmt, ein Drittel der Lieder sind wirklich, also durch die Banker Schade. Also, das ist wirklich jenseits von allen, das ist eine Frechheit. Aber die anderen zwei Drittel, da darf man, wenn du das auf Englisch hast, war das ein Pop-Song. Punkt. Da hat sich keiner drüber. Auf Französisch weiß sogar wahrscheinlich ein, weiß ich nicht, ein hochgeschätztes Chanson, wo die Leute sagen, das ist halt noch Kunst. Also, das hängt nur davon ab, vom Text. Und wenn ich mir auf Ö3 oder die Top 40, die Top 50, die Top 100 in der Popmusik anschaue, ist der Text bei 90%, mehr als 90% der Lieder, wirklich das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Also, da muss man vorsichtig sein und eben, weil du sagst, Michael Unger, mit Fernsehmoderator und Traumschiffkepp, das wirst du nicht, wenn du in der Musik nichts reißt. Das wirst du dann, wenn du vorher mörderisch erfolgreich bist. Also, Vorsicht mit einer zu schnellen Urteil, mit einem zu schnellen Urteil in dem Bereich, das geht, das funktioniert so nicht. Nicht in der Branche, das funktioniert in der Politik, das funktioniert da beim, was weiß ich, was da, also in jeder anderen Musikrichtung, aber nicht beim Schlager. Volksstümliche Musik und Schlager und diese Unterhaltungsfernsehshows und Serien und so weiter, die arbeiten professionell. Da kommt nicht einer rein, weil er ein Hauberer ist. Das passiert dort nicht. Das passiert in allen anderen. Das passiert beim österreichischen Film oder im Kabarett oder keine Ahnung wo, aber nicht in dieser professionellen Ebene. Da kommst du nur rein, wenn du vorher schon sehr erfolgreich bist. Also, das muss man bedenken. Ja, aber, aber, andererseits wiederum muss ich sagen, ich weiß, was du, was du auch meinst und da so falsch liegst du dann da auch wieder nicht. Siehst du, also ich widersprich mir eh selber, siehst du eh. So, pass auf jetzt, jetzt haben wir schon so viel. Andi Borg, Borg wird eine Lieder, ich will ein Schlagerster sein, ja. Aber Michael Unger, wie gesagt, das ist, das ist, man lacht über Andi Borg, aber das würde ich nicht machen, weil der schnupft uns alle, aber mit, mit, ich meine, ja, wenn man sagt, na, Geld ist nicht alles, na ja, jetzt erfahre ich mal dann, das ist, der Andi Borg hat es geschafft, wie man so schön sagt, ist ein Fluritz-Durfer. Ja, das stimmt. Ich könnte jetzt nicht ein Lied von ihm sagen, aber, aber, keine Ahnung, wie gesagt, die Musik gefällt mir, aber man muss respektieren, was ich damit, was ich damit, was ich da, wie soll ich sagen, was ich da, Geschichte, oder was da funktioniert, oder nicht, ja. Naja. Was die Krise sagt, was, Patrick, ich hätte dich wirklich klüger eingeschätzt, auf was, auf was bezogen? Ah, ich glaube, das bezieht sich auf den Kapitän vom Traumschiff. Du, das ist eine Rolle, ganz eine normale, das ist ja nichts, was hat das damit zu tun, mit klüger? Ich glaube, wenn es das ist. Aber Krise schreibe eins, das würde mich interessieren, was du meinst. Ja. Ja, genau. Na, und die Krise sagt, Playback geht nicht gut mit Texten. Ja, aber Vorsicht, Playback, das ist keine Schlagergeschichte. Nein, ganz im Gegenteil. Das kann ich euch wirklich aus, das kann ich euch sagen, weil es war es. Und wie gesagt, ich bin da, ich verteidige eigentlich eine, 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 eine Sparte, mit der ich nichts zu tun habe und die ich auch in keinster Weise genieße. Wo wir beide gar nicht eigentlich nichts zu tun haben. Wir haben beide damit nichts zu tun eigentlich, aber wenn man ein bisschen, die Leute, ein paar Personen kennt oder, oder Hintergrundinformationen bekommt von Personen, die in beiden Bereichen arbeiten, das gibt es nämlich auch. Gerade in, in was, was, was Regie und, oder so weiter. angeht, dabei, dann kriegt man schon ein paar Sachen mit und sagt man, okay, Hut ab vor der Schlagerbranche, genauso wie vor der ernsten Musik oder vor Jazz oder Rock oder sonst was. Die Musik, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich meine, es ist, es ist so, also, jetzt kurz zum Playback, ja, Playback, also, jede Popshow, jede Popmusikshow im Fernsehen, jede, der Euro, in der Euro, wie es in uns so ein Contest, ja mittlerweile auch, da wird nur mehr live gesungen, wird nicht mehr mehr live gespielt. Die, 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 die Haftime Show beim Eurovision Song Contest zum Beispiel, wo einmal da, weil das weiß ich noch wieder, wie der Martin Grubinger gespielt hat, ist Playback. Das ist alles Playback. Also, da tatsächlich nicht verkühlen, dass, glaubst du, die Schlager sind so. Im Unterschied ist es so, überhaupt heutzutage, dass die Sänger allgemein tatsächlich singen können, auch mittlerweile in der, in der, in der Popbranche, das war ja auch nicht immer so, dass das nur vorhin gestanden ist. Also, mittlerweile können die alle singen und glaubt mir's, die Schlagermusiker, die kennen alle ihr Handwerk und zwar perfekt. Ich weiß schon, es ist immer so, aber, weißt du, mich stört es, wenn etwas ungerecht ist und es ist ungerecht, ich sage jetzt, was weiß ich, über eine Helene Fischer zu lachen. Ja, ist nicht mehr Musik, ist nicht, ja, und man macht sich lustig dann über das Publikum, was da steht, wobei, wenn du das anschaust, denkst du, ja, gut, so, also so, lauter Volltrotteln stehen da auch nicht optisch. Wenn ich mir dann so ein Publikum von anderen Rockkonzerten anschaue oder in Erinnerung noch habe, ja, dann lass ich dir das, jetzt lassen wir das, ne, so. Ja, dann schau dir Fußballmatch an, natürlich geht's, also da hast du, da sagst du auch, lauter normale Leute, ah ja, nicht nur, ne, es ist ja so, aber, aber wenn du es da hernimmst, jetzt das Beispiel, Heniene Fischer, die kann singen, die kann tanzen, die hat das gelernt, also richtig gelernt und die hat daran gearbeitet, die ist jahrelang, ist die mit ihrem Plebekoffer halt, ist die durch die, durch die kleinen Städte Deutschlands gereist, also die hat gehacken gemacht, die ist ja nicht über Nacht berühmt worden, die hat sich da was aufgehauen, Silbereisen genauso oder ein sehr gutes Beispiel, Semina Rossi, das war ein Straßenmusiker und Alleinunterhalter und der war engagiert, zum Beispiel bei Bekannten von uns, wo wir auch mal gespielt haben, war der Semina Rossi einmal engagiert für einen Geburtstag im Hinterzimmer für 25 Leute, das war ganz knapp davor, wie er diesen Sprung gemacht hat, also das Engagement war da schon, glaube ich, eineinhalb Jahre vorher ausgemacht, weil er schon sehr gut gebucht war, in dieser Zeit ist er halt da sehr berühmt worden, hat seinen Durchbruch gehabt und dann haben sie den gemeldet bei ihm, du kommst ja eh zu unserem Geburtstag, und er hat gesagt, man soll das verstehen, das ist ja ausgemacht, und ich meine, da hat zu dem Zeitpunkt hätte er normal schon das Dreifache, Vierfache verdienen, also war die Gaschöhe, aber nein, das war so, wie er es halt, das war ausgemacht, das macht er, also Handschlagqualität, alles da, und der hat Gitar spielen können, immer noch, kann man das nicht, aber der hat live gespielt, der hat live gesungen, gut gesungen, und ist halt in einer Musikleitung daheim, ja, wie gesagt, die wir nicht so unbedingt konsumententechnisch schätzen, aber wo wir nicht den Fehler machen, uns darüber allzu lustig zu machen, weil erstens einmal ist es oft bei den anderen Musikrichtungen nicht anders, zweitens können die in der Regel, es gibt dort und dort Ausnahmen und positiv-negative Beispiele, aber in der Regel können die ihr Handwerk besser als der Großteil der Vertreter diverser anderer Musikrichtungen ausgenommen jetzt von mir als Jazz, aber Jazz ist auch folglos, also da verdingst du nichts. So, was haben wir da? Jetzt muss ich schauen, du könntest ja gar nicht mehr lieber sehen, ja, Michael Unger, das stimmt, das kennt dich gar nicht, das kennt dich gar nicht. Harald Philipp Antschitsch, sehe ich nicht so, weiß jetzt natürlich nur mehr was, aber, ja, muss man ja auch nicht. So, wo sind wir noch? Wenn ich 100 Auftritte im Jahr habe, habe ich doch noch Zeit zum Film drehen. Naja, Michael Unger, war es halt 100 Auftritte? Das hat aber nicht nur mit, Entschuldige, da muss ich ganz einhaken, das hat aber nicht nur in der Schlagerbranche zu tun, da gibt es nämlich andere Leute, die auch Schauspieler und Musiker waren und immer schon, die sowohl Auftritte hatten, denken wir nur an Dean Martin, denken wir an Frank Sinatra, Elvis Presley hat in Filmen mitgespielt und nebenbei im Jahr 100 Auftritte gespielt, da sagt, das geht schon. Ja, erstens geht es, und zweitens, auch hier, glaube ich, hängt ein bisschen mehr das Klischee drinnen, dass man sagt, ja, erstes Schlagerstas, das sind Tepperl, die gehen dann ein paar Mal auf eine Bühne, reißen in den Trottel ab, nein, das ist Knochenarbeit und die Typen sind ja schwerst erfolgreich, schwerst, also wirtschaftlich jetzt, ob sie privat erfolgreich sind, ob sie glücklich sind, das lasse ich jetzt nicht hingestellt, das weiß ich nicht, aber die sind schwerst wirtschaftlich erfolgreich und die tun was dafür, die steigen nicht auch früher auf und hakeln und gehen dann mitternacht schlafen, Punkt, das ist nicht so wie der Partik und die, die es uns gemütlich machen, beim Heirigen und dann über die anderen Schimpfen mehr oder weniger, nein, das geht nicht, die hakeln, die hakeln sich krumm und dämlich, also bei manchen hat man so das Gefühl und das geht schon und wenn du das ausschaust, keine Ahnung, wer da jetzt da, was ist denn jetzt, wie heißt das, was beim Super Bowl da jetzt auch so eine große, sie hat nicht die Show gemacht, die Sängerin da, die jetzt aktuell gerade überall gehypt wird auf tausend, heißt fix, wie heißen die jetzt, na ist ja wurscht, fällt mir jetzt gerade nicht ein, Taylor Swift, die Taylor Swift, da brauchst du nicht glauben, dass du nur ein paar Partys besuchen musst und dann hin und wieder Konzert spielen, das ist ein Knochenjob, das spielt nicht, das war, das ist so ein bisschen so eine Traumvorstellung, nicht so, das ist, ich bin der Superstar, oder ich werde Superstar und damit ist alles Leimanns Partytime rund um die Uhr, das ist brutale Hocken, deswegen hast du auch sehr viele, das ist schon einer der Hauptgründe angeblich, oder zumindest habe ich das öfters gelesen oder gehört, für diesen großen Drogenkonsum, das liegt nicht an der, da sollte jetzt Leimann draußen und sich Drogen reinhauen oder irgendwo das, sondern weil die einfach einen so einen Druck haben, dass viele, nicht alle, dass viele das eben nicht schaffen, auszugleichen und dann das nur halt mit Drogen schaffen, also, ja, der Alta Pallante hat da noch gemeint, man kann seit 80 Jahren E-Motoren mit 98% Wirkungsgrad bauen, klar, dass die Physik früher oder später immer gewinnt ist, aktuell aber immer noch für viele nicht sichtbar, also, ja, du meinst das auf die Ignoranz bezogen, ja, ja, gut, aber da ist, da ist glaube ich Strategie, da bin ich ganz Verschwörungstheoretiker, da sehe ich Strategie und wirtschaftliche Interessen. Wirtschaftliches Kalkül. Ja, genau, ja. Ja, absolut, ja. Du hast auch vorher, da habe ich dann noch von der Chrissi eine interessante Frage gesehen, und zwar, Frage an Patrick und ich folge dann auch an Klaus, wie übt man etwas allein, dass man dann später mit einem zweiten spielt? Das braucht länger, diese, nein, eigentlich, wenn man es zusammenfasst, ganz normal, man studiert eine neue Nummer ein, sodass man es kaut, dass man harmonietechnisch fix ist, die Melodie kennt und den Text dazu kaut und dann studiert man sich das selbst für sich einmal ein, einfach so wie man es glaubt, dass man das klärt und dann trifft man sich zu einer Probe gemeinsam, das macht der André Ase und dann erarbeitet man sich das in der Probe, wo aber jeder schon weiß, was er einbringt. So gehe ich an das, gehen wir beide an das eigentlich heran. Ja, zumal ja wir, wir sind jetzt eingespielt. Zumal kann ich meistens, was ich noch dazu sagen muss, ich kann meistens im Text schon, auch wenn ich das nicht singe, kann ich den Text trotzdem in groben Zügen, also, weil das ja, die Melodie oft, mit dem Text ja korreliert, dass man, wie verzögert man das Tempo oder was, oder was spielt man gegen Bewegung auch, auch zum Text, im Kontext zum Text auch wichtig ist, finde ich. Das macht bei uns viel aus, ja. Aber wie lernt man das? Eigestudieren einfach, ja, und dann gemeinsam daran arbeiten. Man spielt es ja lange, bis man es kann. Und dann kommt man zusammen. Oder halt, in unserem Fall, wir sind halt sehr zusammen gespielt, dadurch ist es halt was, ist es wieder anders. Wenn du, wenn du jetzt das lernst für Orchester oder für Band, dann musst du deinen Part einfach kennen. Und dann kann man, das machen dann viel, heutzutage, das halt dann, quasi Playback, dass dann das Stück abspielen und dazuspielen. Bis sie es halt dann können. Und damals das Ganze, dann kommt es zusammen. Aber es ist bei uns auch so, also zum Beispiel den Text muss ich noch gar nicht fixfertig kennen. Aber ich muss ihn so gut kennen, dass ich ihn quasi vom Text platt einfach anlesen kann. Also dass ich nicht bei jedem Wort hänger bleibe, sondern dass ich wirklich, dass ich sozusagen in großen Zügen den Text kann. und halt gewisse, vor allem diese Brückenpunkte, also wo man sagt, da brauchst du dieses Schlagwort, dass du wieder einig kommst in den nächsten Zeilen, dass ich die halt weiß und das reicht aus. Und genauso mit den Akkorden und dann kann man es mal vom Blatt spielen. Aber man muss einmal wissen, wie es funktioniert. Und würden wir jetzt zum Beispiel bei einem neuen Lied komplett zusammenkommen und zu zweit auffangen, da hätte man uns erstens permanent stören, weil jeder was anderes übt oder lernt und dann wäre das nicht sinnvoll, weil wir das ja gar nicht können. Und wenn du aber ein bisschen eine Ahnung hast vom Lied, dann kannst du es schon zusammenspielen. Dann kannst du es schon probieren. Ja, genau. Aber es bringt ihn, weil man der Patrick jetzt seine Noten anschauen muss unter Arrangement und ich dabei, ich meine, die Akkorde muss ich nicht üben. Das Akkorde weiß ich auch. Das ist ja so drinnen. Die muss ich nur, die Abfolge der Akkorde, die muss ich einlernen. Da brauche ich aber nicht dazu einen Patrick, der gerade sein Intro einübt und natürlich mit Texten Oder wo ich dann gerade auch ein Skier und das Ganze ausharmonisiere richtig dann, weil sehr viele Noten, Material, was wir haben, da ist die Melodiestimme notiert mit Akkordbezifferung darüber und ich mache dann daraus die Melodie zweistimmig, dreistimmig, vierstimmig, fünfstimmig, einstimmig und so weiter und das braucht bei manchen einfachen Sachen kann man das relativ schnell auch vom Blatt direkt nicht, aber bei den meisten Sachen muss man sich das schon wirklich anschauen dann. Dann hat das einen Sinn, dann geht ja auch was weiter bei der gemeinsamen Probe, weil das ist eben der Unterschied zwischen einer Probe und dem Üben. Üben tut jeder für sich, da gehört auch das Einstudieren dazu und wenn jeder schon seinen Part kann, dann trifft man sich zur Probe, dann hat das auch einen Sinn, dann geht auch da wirklich was weiter. Genau, also so. Ich hoffe, Christi, das haben wir für dich gut beantwortet. Ich hoffe, ja. Wenn noch Fragen, dann schreib es ein und wir sind natürlich dabei. Der Roland Sperger auf Facebook gibt nämlich eine mörderische Meldung an. Bin mir nicht sicher, ob wir nach einigen Achterln bei einem Sechzehner beim Konzert intellektuell aussehen. Ja. Ich schon. Ich schon. Roland, ich kann es bezeugen, du schaust immer intelligent aus. So. Haben wir das einmal so gesagt, das ist natürlich so eine Sache. Der Raffi sagt auch, mir gefällt Andreas Gabbayer auch nicht, aber ich akzeptiere, was er macht. Ja, du, mir gefallen viele Sachen nicht und ich muss ja nicht auch huchen. Punkt. Nur in dem Moment, wo etwas eine große Aufmerksamkeit erreicht, dann wird es für mich einfach interessant, weil mich das interessiert. Weil mich einfach dieser soziologische oder gesellschaftliche Aspekt interessiert. Warum ist das gerade berühmt? Warum ist das gerade bekannt worden? Das ist eigentlich quasi, wenn man so ein bisschen mein Hobby im Kopf hat. Und das ist, aber es gibt ja auch viele Sachen, die mir gefallen, aus verschiedensten Bereichen. Weil zum Beispiel tatsächlich, ich höre gern Ö3. Ich muss ehrlich sagen, ich höre es gern. Nicht oft, nicht immer, aber ich habe das manchmal gern. Weil zum einen gibt es immer wieder Zeiten, da gefallen mir die Lieder, die gerade gespielt werden, besser oder schlechter. Aber das ist das eine, aber ich kriege ein bisschen mit, was ist gerade, was ist gerade en vogue? Was ist gerade da? Und das finde ich dann spannend. Und das versuche ich mir dann auch zu suchen. Bestmöglich ohne Urteil gelingt mir nicht immer. Manchmal ist wirklich, was du sagst, das verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht, warum das einen Erfolg hat. Aber ja, wie gesagt, es gibt Dinge, die mir nicht gefallen, die ich akzeptiere. Es gibt Dinge, die mir gefallen, die mir, die, die, wo man sich fast ein bisschen genieren müsste, dass es einem gefällt. Aber im Prinzip, jetzt in deinem Fall, zum Beispiel Andreas Caballet, seien wir uns ehrlich, ihm wird es wurscht sein, ob es dir taugt oder nicht. Weil er ein mörderischer Fall, das ist der Erste, der da weiß ich, zwei oder drei Stadien gefüllt hat. Ich war bei einem kleinen Rapidmatch mit Roland und dann habe ich einmal live gesehen, das erste Mal in meinem Leben, an so ein Stadion, wenn das halbwegs voll ist. Da hätten ja noch einmal 10.000 reingepasst. Aber ich glaube, 16.000 Roland waren dort, 16.000 Menschen in einem Stadion. Und der, und da glaube ich, ich fühle das, ich weiß nicht, es waren glaube ich über 20.000 Leute und das zwei, drei Mal hin, also so ein richtiger Tour war das. Oder öfters sogar. Jetzt wurscht, weißt du, Leute kommen ja bewertend her, aber ich sage mal, irgendwas muss ja der machen, was den Leuten gefällt und zwar vielen Leuten gefällt. Und irgendwas, die fährt, weiß ich nicht, ich sage jetzt irgendwas, am Digno Schneeberger föhnen, weil der kein Stadion füllt, obwohl der sicherlich musikalisch um, naja, Häuser, Hochhalslängen besser ist. Aber, ja, es ist halt Jazz, es ist halt kleiner, es ist halt ein anderer Ding. Aber irgendwo muss das liegen, dieser Unterschied. Und da bin ich halt nicht auf der Seite, dass ich mich dann eher beschwerbe, die Leute, oder sie lächerlich mache, sondern ich akzeptiere das. Ich akzeptiere das. Und die Christi meint, ungelegt auf euch zwei, wann hättet ihr Zeit, neben einem Auftritt nach Wochen lang bei Filmaufnahmen mitzumachen? Naja, das ist nicht so. Erstens einmal, kommt das drauf an, was ist Film, ein bisschen was wissen wir ja, es ist ja nicht immer so, dass am Stück jetzt sechs Wochen gedreht wird, oder so. Es wird ja portionsweise gedreht, einmal ein paar Tage, dann wieder ein paar Tage, zum Beispiel, wenn das als Fernsehserie ist, zum Beispiel. Nur dazu ist das ja länger vorausgeplant, also wenn das zum Beispiel wäre dann nächstes Jahr, man weiß ja das ein Jahr früher schon, meistens, oder zwei Jahre früher, es ist ja nicht so. Das heißt ja nicht, morgen dreimal, oder nächste Woche wird gedreht, dann kann man das ja das Ganze schon einplanen, natürlich. Dass in dieser Zeit dann keine Auftritte sind, das ist ja kein Problem. Ist ich da nicht das Problem. und dann eins auf uns bezogen jetzt zum Beispiel, wir müssen, wir müssen jetzt wirklich, das ist jetzt kein, wie soll ich sagen, da will ich jetzt nicht uns arm darstellen, aber ich sage mal, wir im Großen und Ganzen müssen wir die Engagements, die eine kommen, auch nehmen. Warum? Weil wir davon leben und weil das natürlich finanziell für uns notwendig ist. Wir können nicht sagen, da gehen wir nicht, da spielen wir nicht, da sind wir dort oder da. Das heißt, für uns wäre zum Beispiel jetzt eine Woche oder zwei Wochen irgendwo rauszunehmen, für uns wäre das ein finanzielles Risiko. Wenn ich natürlich in einem gewissen Status bin, wo ich sage, naja gut, ich habe meine Konzerte und diese Konzertplanung gemacht und sage, das Management ist sich dessen bewusst, dass er, ich weiß nicht, im August auf Urlaub ist und keine Konzerte macht oder da oder dort dann Dreharbeiten hat oder dort oder dort dann irgendwelche anderen Verpflichtungen eingeht, ja, dann kann man das machen, weil dann kommen ja viele Anfragen, die du davon nicht annehmen kannst. Das ist so, ich bin ein guter Handwerker, ein guter Handwerker, das sagt, tut mir leid, das kann ich nicht machen, weil ich bin überfüllt mit meinen Aufträgen oder dieser Auftrag ist mir zu klein, zu wenig, weil ich einfach so viele Anfragen für große Geschichten habe und das haben wir natürlich nicht. Das heißt, wir haben ein bisschen diese Lage, dass man sagt, nein, wir müssten ja mitunter auf Konzerte verzichten, die uns aber das Geld einbringen und dann musst du halt überlegen, geht sich das aus finanziell dann dennoch, aber rein zeitlich. Wenn da Dreharbeiten sind, ist ja das genauso etwas, was zum finanziellen Einkommen auch dazugehört, wenn ich sage, ich weiß, nächstes Jahr sind Dreharbeiten das für das Traumschiff zum Beispiel. Das ist ja das was anderes. Naja, weil man das, also und auf das dann zu kommen, zeitlich gange sich das locker aus. Ich meine, wir sind ja nicht überfüllt und dann darf man nicht vergessen, das, was meine Zeit in Anspruch nimmt, jetzt ich rede jetzt von mir, von meiner Zeit, ist natürlich diese ganze Social Media Geschichte. Der Patrick, wir haben eh schon angegeben, mehr oder weniger die Finanz, also die, wie sagt man da das, ja, die Finanzen mehr oder weniger, da hilft uns jemand, da ist jemand involviert, der das macht und natürlich, ich habe die Chantal, ich habe ihn in Ackerl, die sind helfende Hände, jetzt in dem ganzen Punkt, der Ackerl natürlich ist schon leibernd, weil du halt filmen kannst, wo ich das vielleicht gar nicht machen könnte und die Chantal hilft mir mit ein paar Shorts, dennoch sind ja der Großteil der Shorts, welche die ich selber mache. Oder diese ganze Social Media Geschichte, jetzt wären wir in einer Situation, wo du sagst, naja gut, wir werden da gefilmt oder keine Ahnung und wir kommen da irgendwo, wir hätten Dreharbeiten, naja, dann haben wir ja schon längst jemanden, der uns da viel annimmt. Wisst du, was ich meine? Also die ganze Backoffice, das Booking, Management, die ganzen Geschichten, das ganze Drumherum, das heißt, das ist ja ein Wachsen. Du fangst ja nicht aus, als du sagst, oh, jetzt leisten wir uns einmal diverse Mitarbeiter, die uns die Hocken annehmen und dann sitzen wir da und nichts zum tun, da warren wir recht schnell pleite. Also wir machen jetzt ja quasi alles selber. Und das würde dann natürlich ja auch im Zuge des Erfolges sich schrittweise im Ideal verändern. Das ist das große Problem seiner Leute, die dann von heute auf morgen einen plötzlichen Erfolg haben, also vor allem junge Menschen, die dann damit nicht umgehen können. Aber wenn es schrittweise aufgewächst, wo das immer besser sich anpasst, naja, dann geht es. Aber wenn ich das wegnehme und jetzt nur meine Spielzeiten hernehme und die rein musikalischen Aufwendungen und vielleicht noch ein paar Stunden dazurechne, eben für, weiß ich nicht, also nennen wir es jetzt für Managementaufgaben oder Office, da hätte ich genug Zeit zum Trauen, also mehr Zeit als genug. Da hätte ich Zeit fürs Trauen und für Urlaube und so weiter, das haben wir alles nicht, weil wir gestickelt sind, weil wir nicht in einem Stück so viel Platz haben, weil wir natürlich eben spielen müssen. Das ist auch der Grund, warum wir nicht sehr selten auf Urlaub fahren lernen, weil mehr als drei Tage dazwischen, vier Tage ist immer ein bisschen knapp. Aber wenn ich jetzt wüsste, dass wir nächstes Jahr Dreharbeiten haben für eine Fernsehserie zwei Wochen lang, dann können wir das jetzt schon einplanen. So meine ich das, weißt du? Weißt du, wenn ich jetzt ein Angebot käme, nächstes Jahr im August, von 10. August bis 25. August sind Dreharbeiten, könnte ich das, könnte man das jetzt einplanen. Das stimmt. Das stimmt. So wie wir heuer mit den Brettelspitzen sind wir auch wieder fünf, sechs Tage, fünf Tage in München. Das war schon lange, lange vorher geplant. Und ich meine, jetzt ist es so, weil die Christi sagt, der Klaus hat ja nicht einmal Zeit dafür, endlich uns das versprochene Brutal-Lied zu komponieren. Ja, das stimmt, aber das liegt halt daran, dass wir noch wirklich alles selber machen. Also jetzt sind wir überfüllt, jetzt in diesem Moment, wie gesagt, wie der Patrick sagt, wenn im Herbst, dann hätten wir Zeit, also aus jetziger Sicht. Da könnte man, nur, wir sind mit unserer kompletten Arbeit, wir sind halt do-it-yourself-Musiker, wenn man so sagen könnte. Wir machen alles selber, dann ist es schwierig. Das wird jetzt, sage ich jetzt einmal, eine Helene Fischer nicht mehr machen. Oder eine Semino Rossi oder der Silveisen. Ich überlege gerade, wenn mir noch alle einfallen aus der Schlagerbranche. das muss ich da wieder irgendwas drücken. Und das ist halt irgendwo, also da speelt sich das dann irgendwann. Da kommt halt dann der Moment, wo du sagst, kann ich aus meiner Ebene in die nächste Ebene aufsteigen, sozusagen jetzt. Und was gehört dazu, was ändert sich dann? Aber jetzt, sage ich einmal, sind wir noch in einer Ebene, vielleicht kommen wir da drüber, wenn wir schauen, was das Wiener Lied hergibt, aber wir sind in einer Ebene und da sicherlich schon, kratzen wir schon am Plafond einfach Zeit, energietechnisch. Das ist einmal klar. Aber selbst da findet man immer noch Möglichkeiten, einiges zu machen. Da findet man schon noch. Daniela Stögl meint, ein volles Stadion ist sehr beeindruckend. Wir waren im Wembley-Stadion in London bei einem NFL-Spiel mit 90.000 Zuschauern. Naja, das ist schon, also ich meine, mir graut zwar davor, weil ich menschenscheich bin, aber es ist gleichzeitig und das kann ich mir jetzt zumindest ein bisschen mitreden nach dem Rapid-Match mit dem Roland. Es ist wirklich ein beeindruckendes Erlebnis. Also vor allem, wenn man das nicht kennt, dann sagt man wirklich, Alter, das kann was. Der Roland Sperg sagt, gestern wurde, auf Facebook, gestern wurde vereinbart, dass die 16er-Burme auf der ORF 3 W24-Bühne beim Wiener Lied-Festival im Weinviertel spielen mit TV-Aufzeichnung. Kein Wöld, aber nicht schlecht. Ja, kein Wöld, ich finde es sehr leibend. Das freut mich sehr, Roland. Ganz leibende Nachricht, wir haben immer kurz darüber gesprochen und der Roland war so lieb, das muss ich echt sagen, der Roland war so lieb, weil er gesagt hat, du weißt eh, ich bringe euch da ein, ich muss euch da einbringen und sage, ja, Roland, mach da keinen, wenn wir nicht dort dabei sind, du, es ändert nichts an unserer Freundschaft, was uns auch gesagt hat. Nein, genau so ist es. Weil ihr seid ja da quasi Mitdenker von diesem Festival und ihr müsst es sein, ich müsst es sein. Außerdem ist es ja musikalisch hoffentlich auch gut, was wir da liefern. Aber auf jeden Fall, Roland, das gefällt uns voll. Das heißt, es wird eine Aufzeichnung geben vom ORF 3 scheinbar, das ist sehr leibend. Was auch dann auf ORF 3 ausgestrahlt werden wird nach dem Festival, nehme ich mal an so und das heißt, wir sind da dabei. Das ist großartig. Super ist das, das ist perfekt. Gefällt mir, das ist riesen, riesen Freude, ja? Ja, schön. Weil der Roland sagt, keine Welt, aber nicht schlecht. Das ist schon Welt. Also ich finde es leibend. Das ist mir gefällt, das ist voll. Der Ballnartmann muss los, hat am 11. Termin. Ui. Alles Gute, bis morgen. So, gut Ding braucht Weile, sagt die Susanne Moser. Und genau das hat Michael Unger und ich gemeint, man muss wissen, was einem wichtiger ist. So meinst du es jetzt auf, ja gut, das sowieso. Es gibt sicher, es gibt sicher Leute, die es übernehmen. Es gibt sicher Leute, die es übernehmen. Und das ist natürlich, ja, weißt du, das ist auch so dieses Wachstumdenken, gell, Patrick? Das ist immer mehr, immer mehr. Das stimmt schon. Ich meine, wir können da nicht so mitreden, weil, ich meine, aber naja, pass auf, im ganz kleinen Rahmen, nicht? Wenn ich sage, wir machen die Widerlieder, Geschichte, wir treten auf, dann machen wir einen Livestream, dann machen wir den morgendlichen Livestream, und das ist für uns jetzt der geringste Aufwand, ehrlich gesagt, das ist der Leihwand. Das ist für uns eigentlich ein super Start in den Arbeitsmarkt. Das macht einen Riesenspaß vor euch. Ja, das ist einfach nicht cool. Das gehört dazu. Auch noch. Absolut, absolut. Aber zum Beispiel jetzt, was weiß ich, die Merchandising, man sagt, wir brauchen einen Leihwand, ja, wir brauchen einen Leihwand, was brauchen wir noch? Und dort müssen wir was machen, neue CT sollte man aufnehmen, ja, genau, genau. Selbst wenn es im Rahmen deiner Profession, du bist, muss man schon aufpassen, dass man nicht zu viel auf einmal macht. Da sind wir eh recht, recht reif, in dem Punkt, wo man sagt, ja, also übernehmen, da haben wir uns eh nicht extrem und auf Dauer. Aber klar, wenn du dann hergehst, sagst du, ja, jetzt machen wir noch, jetzt haben wir noch irgendwo ein Angebot für einen Film, und dann spielen wir noch jeden Donnerstag, Freitag, Samstag in ein Hotel, in der Hotellobby, und das haben wir auch angenommen, und dann haben wir da sind wir noch, weiß ich nicht, Musikanten von in einer Fernsehshow, die einmal in der Woche ist, weißt du, was ich meine, die Gefahr besteht, dass man sich übernimmt, das ist schon richtig, ne? Das wird, das wird zu viel, das ist dann so, ja, die Gefahr besteht schon, ja, nicht jetzt bei uns in unmittelbar, also überhaupt nicht, aber es ist schon gut, wenn man über solche Dinge redet, ne? Ja, jetzt ist er weg, jetzt ist er weg, der Patrick ist weg, Dekoll oder roh, warum, weiß jetzt natürlich keiner wieder, wird gleich wieder anrufen, wird gleich wieder anrufen und die hat den Balken, aber das muss ich ausblenden, die machen das, so, da, ja, die Christi gefreut sich, ORF 3 ist absolut leibernd, ja, das stimmt, Klaus, was ist jetzt mit Fahrtechnik drinnen, wenn wir auf das noch kommen, werden wir gleich schauen, versprochen hat er es gestern in der Pavlatschen, was denn, Patrick ist da, wieder, der Patrick ist da, jawohl, Was passiert dir jetzt? Keine Ahnung, wegwollst, okay, ich bin da und jetzt, jetzt ist es aber, okay, interessant, was ist jetzt wieder, was? Das war vor allem weg, auch Verbindung geträgt und ich bin wieder auf Reconnecting einfach gegangen, naja, passt, hau dir alles hin, bist du wieder da, vielleicht war ein kurzer Internet, irgendwas, oder, weiß nicht, Hauptsache es funktioniert gleich wieder, genau Punkt 10 ist, läuten gerade die Glocken, nämlich darum komme ich genau nach einem Stück, vielleicht die Vibration, ja, die Tücken, ja, auf jeden Fall, warte einmal, auf jeden Fall, was wollte ich da noch schauen, aber grüße ich genau, versprochen hat er es gestern in der Pavlatschen, aber was, achso, genau, jetzt komme ich endlich, jetzt komme ich endlich zur lang gehegten Frage von Michael Unger, wie war es beim Fahrtechnik-Training, und die kurze Antwort ist, Leihwand, so, das wird euch nicht befriedigen, aber, nein, es ist so, ich habe ja beim ÖMDC, also nicht nur beim ÖMDC, sondern bei anderen, bei einigen Anbietern, so manche, so manche Fahrtechnik-Training gemacht, allerdings immer nur für das Motorradl, und jetzt habe ich mich entschlossen, mache es einmal ernst mit dem Auto, das mache ich ganz was anderes, weil der riesengroße Unterschied, das ist auch spannend, zwischen Motorrad und Auto-Training, ist das, du kannst beim Motorradl keine Grenze überschreiten, weil wenn du eine Grenze überschreitest, liegst du auf der Goschen, das heißt, beim Motorradl kannst du immer nur nahe an die Grenze gehen, aber nie drüber, beim Auto natürlich kannst du immer drüber, also da du auch Platz bist, weil wenn es die schleidert, schleidert es die, na, wurscht, da ist ja Platz, da ist ja so gedacht, das heißt, du kannst sehr wohl an die Grenzen, wirklich an die Grenzen herangehen, und dann merkst, okay, das war zu weit, war zu viel oder sonst was, da gibt es keinen Gegenverkehr, da gibt es keine anderen Probleme, das ist eines der wesentlichen Vorteile, oder Unterschiede, zwischen Motorrad und Auto, dann muss ich sagen, auch im Technikbereich, weil man glaubt, man weiß viel, kommen dann schon drauf, einige Dinge, weiß man nicht, und vor allem auch beim Auto, ist das, dass du natürlich, wie soll ich sagen, die Aktionen hast, die sinnvoll wären, in einer gewissen Situation, versus den instinktmäßigen Handlungen, die nicht sinnvoll sind, das heißt auf gut Deutsch, aus dem Schreck außer, magst du Sachen, die einfach nicht sinnvoll sind, aber man macht es, weil das halt, weil das halt die, die Reaktion ist, nicht der Instinkt, der fordert das sozusagen, und, also um ein Beispiel zu bringen, du machst, wenn du, wenn du ein Kurven fährst, und das Auto schiebt, also du, du fährst geradeaus weiter, obwohl du nach rechts willst, dass man instinktiv weiter nach rechts lenkt, warte, geh schon wieder weg, geh schon wieder weg, du lenkst instinktiv weiter nach rechts, was eben kontraproduktiv ist, weil dadurch die Radlungen quergestellt werden, also, nur als ein Beispiel, und jetzt geht es darum, dass man es einmal weiß, aha, das willst du nicht machen, sondern du musst eigentlich den Lenkeinschlag halbwegs halten, und dann geht es halt darum, dass man das trainiert und wenn man das dann auf der Straße, also auf diesem Parcours ein paar Mal gemacht hat, dann besteht die Chance, dann besteht die Chance, dass man da relativ leicht sich wieder daran erinnert oder den Körper oder den Geist auch daran sozusagen, wie sagt man, gewöhnt an diese Geschichten. Natürlich mit einem Tag, nicht massiv, aber dann doch irgendwie. Und das war bei mir was konkret, ein SUV-Training, das habe ich wegen den Grünen gemacht. Nein, SUV-Training, das war ganz spannend, weil wir haben... Bung, bung! Naja, was heißt, was heißt. Und da haben wir am Frühmittag quasi ein ganz normales Straßentraining gehabt und am Nachmittag waren wir dann ein bisschen im leichten Gelände. Also, dass man auf einmal sieht, was macht Offroad fahren, auf was schaut man, wie geht es, Schräglagen und so weiter, nicht was... Dass man es einmal gespielt hat, dass man mit gefahren ist oder starke Steigungen oder eben auch die ganze Elektronik auszutesten. Das war schon spannend. Diese Abfahrhilfe funktionierte eigentlich im Rückwärtsgang auch oder im Neutralkang auch, bei manchen Autos ja, bei manchen nicht. Also, dass man sich auch da ein bisschen kennengelernt hat in die Richtung. Und im Prinzip, das war es. Also, es war eine sehr, sehr gut, sehr spannende Sache und ist schon wieder weg. Ich glaube, dass mein Partiges Internet was hat. Ich glaube, dass es am Internet liegt. Ja. Ich hoffe, das habe ich damit gut und endlich bis gefahren wird, der James Bond auf zwei Rädern. Naja. Nein. Das nicht. Das nicht. Aber, wie gesagt, also man hat viel gelernt, muss ich echt sagen. jetzt natürlich, klar, in Führerschein auch schon über 30 Jahre, aber man kann definitiv, man kann definitiv was dazulernen. So. Gut, Patrick, wir sind eh schon am Schluss. Ich glaube, dass es bei dir im Internet liegt, Patrick. Er dreht einfach immer ab und dann schreibt er Thank you for joining Reconnect. Das dreht also. Ja. Hochinteressant. Ich glaube, das könnte sein, dass bei dir vielleicht Internet, dass das gerade schwach ist und dass er da das blockiert als eben dann Grund. Das war der Einzige, was ich mir vorstellen kann. Ansonsten wüsste ich nichts. Aber es ist wurscht, es ist Szene vorbei. Wir sind gerade Kaffee, aber wir haben noch einen Schluck Kaffee. Patrick, was sagst du? Sag noch was zu den Herrschaften. Sag noch was. Sag was. Sag was, dann red doch was endlich. Wenn man mich hört, ist gut. Schön, dass ihr alle dabei wart. Soll ich mir noch einen Kaffee nehmen? Hallo? Jetzt ist er wieder weg. Ich bin nicht da. Hallo? Hallo, hallo? Gut, meine Lieben. Es war eine wunderbare Morgenshow heute bei uns. Es war mich sehr, sehr gefreut. Ich hoffe, wir sehen und hören uns morgen auch wieder. Beziehungsweise sehen wir uns vielleicht sogar morgen am Abend beim Konzert der Bluesschrammeln. Beim Hängel Haslbrunner. Schaut bei uns auf die Website, schaut ins Internet, schaut auf Facebook, Instagram. Die Termine sind überall bekannt gegeben. In diesem Sinne, viel Spaß heute noch. Bleibt es mal gesund und wir sehen uns und ehren uns. Fiat euch. Diesen Schlussworten hänge ich mich an. Schön, dass dabei warst. Bis morgen. Fiat euch gut. Alles Liebe. Baba. 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 Baba.